Hallo, ich bin Nico von der Ikonenschmiede und das ist der Kunstverkaufen-Podcast mit der Episode 271, dem Kunstmarketing-Podcast, bei dem du als bildender Künstler endlich verstehst und lernst, wie du dich ehrlich vermarktest und deine Kunst direkt und ohne Umweg an deinen Traumkunden verkaufst. Und in der heutigen Episode des Kunstverkaufen-Podcasts schauen wir uns eine einfache, sagen wir mal eine simple, aber nicht einfache Strategie an, um deine Kunst vielen Menschen zu zeigen, die potenziell zu deiner Traumkundschaft gehören, um dann auch noch in der Konsequenz dir sehr viel Social Proof aufzubauen, also soziale Bewährtheit, damit sich dadurch auch potenzielle Interessenten und Kunden auch gewillt fühlen und motiviert fühlen, entweder Kunst von dir zu kaufen oder dich auch weiter zu empfehlen, was natürlich in der Konsequenz dazu führt, dass du mehr Kunst verkaufst. Das ist heute unser Thema, eine zweiteilige Serie. Ich werde jetzt einfach mal in Zukunft immer mehr dieser Serien machen, denn weißt du, da draußen wird vielen Künstlern und Künstlerinnen empfohlen, irgendwelche Ausschreibungen an Ausschreibungen teilzunehmen oder irgendwelche Gruppenausstellungen irgendwie zu machen, weil von der Gruppenausstellung hin zur Einzelausstellung, da ist es dann nicht weit weg, denkt man sich, als könnte man sich auf diese Weise hocharbeiten, was auch immer dieses Hoch dann auch wirklich bedeuten soll, aber ich habe dir einen anderen Vorschlag zu machen. Stell dir einfach mal vor, wie es sein würde, wenn du deine Kunst an komplett anderen Orten ausstellst als an irgendwelchen, weiß ich nicht, Gruppenausstellungsorten oder irgendwie Galerien oder sowas in der Richtung, sondern vielleicht an themenrelevanten Örtlichkeiten, wo eben sich deine Traunkunden auch aufhalten. Also beispielsweise an Orten, wo sich Menschen aufhalten, um gewisse Dinge zu erleben, die du vielleicht mit deiner Kunst verbildlichst. Ob das jetzt meinetwegen ein Fitnessstudio ist, ob das ein Unternehmen ist, das eine gewisse Botschaft noch austragen möchte und immer wieder dort auch Kunden empfängt, ganz egal wo es ist. Es ist immer wieder die Frage, wie kann man Kunst in einen Kontext bringen, damit jemand anderes davon profitiert. Man kann nicht einfach davon ausgehen, dass irgendwelche Leute aus Mitleid oder irgendwelchem Wohlwollen deine Kunst kaufen, ohne einen wirklichen Nutzen für sich selbst darin zu sehen und zu entdecken. Ich meine, würdest du einfach Nasenbluten auf Leinwand kaufen für 2000 Euro? Wahrscheinlich nicht, außer du würdest es vielleicht lustig finden. Das kann ich natürlich nachvollziehen. Aber wir müssen immer einen Sinn hinter unserem Kauf sehen, vielleicht ein gewisses Bedürfnis haben oder einen Wunsch, den wir nach außen, oder einen Wunsch oder eine Geschichte, die wir nach außen kommunizieren möchten. Zum Beispiel auch mit unserer Mode zeigen wir auch Menschen, wer wir sind. Auch wenn wir keinen Wert legen auf Mode, zeigen wir dadurch natürlich trotzdem den Menschen im Umfeld, wer wir sind und wofür wir stehen, was uns wichtig ist, welche Wert und Glaubenssätze wir haben. Deswegen stell deine Kunst lieber in Themen relevanten Örtlichkeiten aus und lass davon einfach mal schönes Bild und Videomaterial machen. Und das ist eigentlich auch schon der Kern dieser Strategie. Es ist wirklich so simpel. Und ich muss dir an der Stelle auch noch einen Tipp mitgeben. Meistens sind da draußen irgendwelche Strategien im Umlauf, die sehr, sehr komplex sind. Viele unterschiedliche Bestandteile haben. Also, aber es ist halt, ja, die Realität ist einfach so, dass die komplexen Pläne meistens nicht funktionieren. Deswegen so ein simpler Plan, wie einfach sich zu überlegen, ich habe diese eine Kunst mit diesem einen Thema. Ich möchte sie in Örtlichkeiten ausstellen, die sich auch für das Thema interessieren oder sich damit umgeben möchten, um dann in der Konsequenz Leute zu erreichen, die eben auch sich dafür interessieren, um dann davon Videos und Fotos zu machen für deine Website, damit Leute, die sich für dein Thema interessieren, sich darin bestätigt fühlen, mehr darüber zu erfahren und Interesse haben und neugierig sind, auch hinter die Kulissen zu blicken. Darum geht es letztendlich. Also die Leute müssen ja irgendwie neugierig gemacht werden. Muss ja nicht mit manipulativen Techniken sein, sondern einfach mit den Dingen, die wirklich wahr sind. Ja, mit deinen Werten, wie auch immer. Und so kannst du, wenn du in themenrelevanten Örtlichkeiten ausstellst, so ganz kurze Mini-Ausstellungen machst, hast du schon mal einen weiteren Vorteil, den viele andere Künstler und Künstlerinnen da draußen überhaupt gar nicht sehen können. Und zwar trainierst du in diesem kleinen Kontext all die Dinge, die bei einer großen Solo-Ausstellung auf dich zukommen würden. Also Verkaufsgespräche, auch die Frage nach dem, können sie überhaupt davon leben? Wie viel kostet das Kunstwerk? Warum kostet das so viel? Ja? Einfach mal das zu trainieren, zu verstehen, dass diese Fragen kommen werden, weil die Leute sind interessiert an der Kunst und haben noch gewisse Sorgen und Einwände und wollen diese Sorgen und Einwände beiseite schieben. Also die Leute, die auf dich zukommen und dir Fragen stellen, mit, die sich vielleicht im ersten Moment anfühlen wie Kritik, denen geht es darum, diese Sorgen und Einwände beiseite zu schieben, damit sie von dir kaufen können. Weil wenn sie nicht darin Interesse hätten, dann würden sie dir gar nicht die Frage stellen. Ja, das kannst du dir einfach schon mal als neue Perspektive einprägen. Wenn Leute dich kritisieren oder dir scheinbar kritische Fragen stellen, ja, kritisieren ist was anderes, aber scheinbar kritische Fragen stellen, dann kannst du diese Menschen als potenzielle Kunden sehen. Und vor allem für dich als Spielwiese, um halt auch einfach deine Haltung auch zu trainieren, deine verkäuferische Haltung, die eigentlich beraterischer Natur sein sollte. Also Solo-Ausstellungen, die später kommen, die könnten davon sehr, sehr gut oder sehr, sehr profitieren. Ja? Also überleg dir vielleicht erst mal so ein gewisses Programm, mach es zu einer Erfahrung, diese Ausstellung, diese Mini-Ausstellung auch für den Aussteller. Das kann ein Café sein, das kann ein Yoga-Studio sein, das kann aber auch ein Unternehmen sein, das für gewisse Werte steht, je nachdem. Komm da auch einfach mal ins Gespräch mit den Besuchern dieser Örtlichkeit bei deiner Ausstellung und natürlich auch im Gespräch mit dem Aussteller selbst. Gerade wenn es dann um diese Anfangsphase geht, da wird es dann auch noch die ein oder anderen Punkte geben, die ich dann noch ansprechen möchte. Aber überleg dir einfach mal ein Programm, weil die meisten Ausstellungen sind einfach sehr, sehr platt, sehr, sehr gleich und man geht raus, dümmer als zuvor. Ja? Man hat nicht besonders viel erfahren, weil in den meisten Fällen weder der Galerist noch die Künstlerin oder der Künstler ausgiebig über die Wirkung des Kunstwerks oder der Kunstwerke sprechen kann, die dann halt auch entfaltet werden darf in den Räumlichkeiten des Kunden. Ja? Also der Mehrwert ist wichtig. Man muss den Mehrwert verstehen, weil sonst kauft man natürlich nicht. Und indem du bei dieser Veranstaltung auch einfach mal Fragen stellst, lernst du bereits, wie auch ein guter Verkäufer agiert. Ja? Nebenbei bemerkt, in themenrelevanten Örtlichkeiten erhältst du auch noch viele weitere Impulse für dich, auch für die Art und Weise, wie du dich ausstellst, aber auch für deine Kunst. Ja? Was viele nicht verstehen, ist, dass wenn man themenrelevant Kunst betreibt, ja, also sich auf ein Thema konzentriert und da die relevanten Punkte herausarbeitet und dazu Geschichten erzählt, visuell oder Botschaften schafft, dann geht es darum natürlich, dieses Feedback von denjenigen auch wahrzunehmen und auch genau hinzuhören, damit man da auch Formulierungen entdeckt, die besonders bildhaft sind. Und diese kann man beispielsweise für Werbetexte nutzen, indem man zum Beispiel die Kunst beschreibt oder die Herangehensweise oder was besonders interessant und spannend war bei dieser einen Ausstellung. Und dann kann man vielleicht so ein Zitat mit reinbringen, das vielleicht den Kern der Sache noch etwas mehr in den Vordergrund stellt und ein bisschen sichtbar macht. Also würde ich dir einfach an der Stelle empfehlen, auch wenn sich das jetzt so sehr plump anhört, aber wiederhole das Spiel. Ja? In deiner Stadt erstmal von einem, von einer Lokalität zur anderen, bis dich dann jeder in dieser Stadt kennt, zumindest in deiner Szene und dann ab in die nächste Stadt. Ja, es ist halt Arbeit, ne? Es ist Arbeit, aber es ist machbar und es funktioniert, ja? Also wenn etwas funktioniert, dann den Menschen die Kunst vor die Nase zu halten, immer und immer wieder, vor allem denjenigen, die wirklich Freude daran haben. Ja? Nutzt dann am besten auch dieses Werbematerial, das du da anfertigst. Also wirklich auch den Fokus darauf zu legen, schönes, hochwertiges Video- und Bildmaterial zu sammeln, weil ohne dieses Material hast du keinen Beweis, dass du überhaupt jemals ausgestellt hast. Ja? Das ist auch schon mal wichtig, das aus der Perspektive zu sehen. Und zum anderen kannst du dieses Werbematerial, dieses Bild- und Videomaterial auch nutzen, um andere von deiner Ernsthaftigkeit, von deiner Glaubwürdigkeit auch zu überzeugen. Darum geht's ja auch, ne? Du bist ja nicht irgendjemand, der sich irgendwas ausdenkt und mal kurz so einen Impuls hat, sondern du hast eine Vision für deine Kunst, für deine Traumkunden und natürlich auch für dich und die verfolgst du mit Entschlossenheit, ne? Die Leute wollen Entschlossenheit sehen. Und natürlich kannst du auch dieses Werbematerial auch als Köder nutzen für weitere Aussteller. Also Köder ist da vielleicht so der falsche Begriff, ja? Das wird gerne im Marketing so gesagt, wie beim Fischen. Aber eigentlich ist es mehr so eine Art Versicherung, ja? Weil wenn ich jetzt Aussteller bin und du kommst auf mich zu und sagst, ich würde gerne, oder ich habe einen Laden meinetwegen, du kommst auf mich zu und du willst irgendwie deine Kunstbämme ausstellen, naja, dann bin ich erstmal ein bisschen skeptisch. Keine Ahnung, wer bist denn du überhaupt? Ja, das sieht ganz nett aus, aber die meisten Künstler sind unorganisiert. Ich habe keine Ahnung, ob ich mir das antun will und so weiter. Aber wenn man sieht, dass du bereits sowas hinter dir hast, ja? Und wenn du schon Referenzen sammeln konntest, dann wird es mir einfacher fallen, dir Ja zu sagen. Weil die meisten Menschen, und das ist wirklich so, wollen Künstlern helfen, weil sie wissen, dass es nicht ganz einfach ist. Und deswegen gib ihnen allen Grund dazu, wirklich auch Ja zu sagen. Überlass ihnen auch meinetwegen die Rechte an den Werbematerial. Wenn du quasi in diesen Räumlichkeiten dann Bild- und Videomaterial aufnimmst, damit sie halt damit auch Werbung betreiben können. Ja, die können daraus eine Veranstaltung machen, meinetwegen auch Musiker einladen oder einen tollen Barkeeper, der irgendwie besondere Cocktails macht oder ein Wein-Tasting oder was auch immer. Man kann sowas natürlich auch in Unternehmensräumen machen, ja? Dass zum Beispiel der Unternehmer dann sagt, hier alle Stammkunden kommen zu mir, ich mache eine tolle Veranstaltung, da wird Kunst ausgestellt, es gibt was Tolles zu essen, es gibt vielleicht einen Zauberer, keine Ahnung. Also da ist natürlich der Kreativität keine Grenzen gesetzt und dieses Bildmaterial, das du auch dann meinetwegen zusammenschneiden lässt von einem Studenten, ich sage dir mal was, also es gibt viele Studenten da draußen, die sehr, sehr, sehr gerne so eine kreative Aufgabe übernehmen würden für einen Hunderter meinetwegen. Weißt du, wie lange ein Student in der Gastro arbeiten muss, um 100 Euro zu verdienen? Das ist ein ganzer harter Tag, am besten im Biergarten, ne? Sowas ist sehr harte Arbeit, aber wenn man in Aussicht hat, dass man immer und immer wieder solche Sachen schneiden kann, von zu Hause in der Boxershort, vorm Laptop sitzend und meinetwegen die Cola links und die Chips rechts, es ist ja also um Längen komfortabler, als irgendwelche Bierkrüge durch die Gegend zu schleppen. Bei dir mag es vielleicht anders sein, ich bin jetzt hier in Bayern, da gibt es besonders viele Bierkrüge. Ja, also deswegen ist wichtig, da auch den Fokus auf hochwertiges Material, Werbematerial auch zu setzen und dann kannst du dich erstmal rantasten, ja? Vielleicht auch erstmal ganz soft rangehen, macht dir nicht so viel Druck, ja? Mit solchen Projekten solltest du auch nicht mit einer Hastigkeit rangehen, mit einer Hektik, das spürt natürlich dein Gegenüber und es lohnt sich vorher halt auch wirklich eine gewisse Vorarbeit zu leisten, eine gewisse Recherche, darauf kommen wir aber noch. Das heißt, du kannst erstmal sagen, ein Projekt, eine Ausstellung pro Quartal und du kannst dich dann Schritt für Schritt darauf hin bewegen und dann meinetwegen auch die Abstände etwas verkürzen, ja? Ein Projekt pro Monat ist realistisch, es geht aber auch schneller, ne? Es geht aber auch öfter, je nachdem, du kannst ja eine Ausstellung meinetwegen in deiner Stadt machen und eine Ausstellung vielleicht in der nächstgelegenen Stadt, so kommt man sich nicht in die Quere und dann ist der Werbeeffekt immer noch gleich, aber wenn du in meinetwegen einer Stadt parallel vier Ausstellungen hast, ist nicht so gut. Würde ich dir nicht empfehlen, weil die Leute sich satt sehen, ja? Wenn du dann irgendwann den Dreh raus hast, wie gesagt, mehrmals pro Monat, Ausschreibungen, Gruppenausstellungen, ich muss dir ehrlich sagen, es bringt dir halt herzlich wenig. Es wird aber immer wieder so propagiert, weil natürlich über diese Wege sich Galeristen dann die Künstler raussuchen, wie sie vernünftig aufgestellt sind. Das ist einfacher für sie, dann eben genau auf diese Talente zu treffen. Deswegen, es ist auf jeden Fall eine gute Methode für eine gewisse Zielgruppe, in dem Fall die Zwischenhändler, aber für dich wird dabei nicht besonders viel rauskommen. Auch diese Preisausschreiben, diese Kunstpreise und so, ja, das mag vielleicht ein, zwei Verkäufe einbringen, aber langfristig wirst du dadurch nicht viel über deinen Traumkunden erfahren, geschweige denn irgendwie eine Reichweite erlangen innerhalb deiner Szene, innerhalb deines Themenbereichs, die sich dann in regelmäßige Verkäufe auch übersetzt. Deswegen, ja, mit Vorsicht, ja. Also wenn du nichts Besseres zu tun hast und es ist jetzt gerade so dir in den Schoß gefallen, ich will dich nicht davon abhalten, vielleicht ist es auch ein Wink des Universums, das mal zu machen, ja, wie zum Beispiel bei der Nettenbojana, die auch, also Künstlerin bei uns aus der Akademie, der Interview du vielleicht schon gesehen hast oder gehört hast, die sich auch für eine Ausstellung, für ein Preisausschreiben in New York beworben hat und zack, genommen wurde. Und das war, ja, dann auch wieder für sie eine tolle Referenz, kann man schon an der Stelle sagen, aber in den meisten Fällen leider, was ich so mitgemacht und miterlebt habe, ist es nicht so langfristig der Effekt, den man sich wünscht. Und natürlich muss man sagen, wenn du eine Gruppenausstellung machst, dann hast du eben kaum Kontrolle über die Umgebung und Rahmenbedingungen. Meistens sind die Kosten auch sehr, sehr hoch und noch höher der Aufwand, den man im Vorfeld auch betreiben muss. Wer mit anderen Künstlern ausstellt, geht dann auch öfter in der Masse unter, weil eben, naja, diese Künstler meistens kein eigenes Thema haben, sondern sowas wie, weiß ich nicht, letztens habe ich schon wie eine Ausstellung gesehen. Ich will nicht drüber lachen, es ist halt, weil ich halt den Hintergrund habe, sehe ich diese Dinge und auch werbetextlichen Hintergrund sehe ich diese Dinge ein bisschen anders, aus einer anderen Perspektive. Und ich weiß, da ist ein gewisser authentischer Antrieb und da bemüht sich wirklich jemand. Aber wenn ich dann so Ausstellungen mit dem Titel Tanz der Farben sehe oder sowas, dann habe ich halt keine Ahnung, worum es geht. Und dann ist da alles Mögliche vertreten, weil man will ja auch den einen Künstlerfreund nicht vergraulen. Den will man ja nicht die Möglichkeit nehmen, mit auszustellen. Aber davon profitiert niemand. Ja, niemand, weil man keine klare Linie sieht. Und dann fehlen auch noch die Preise bei den Kunstwerken, was noch viel, viel schlimmer ist. Deswegen ist es wichtig, dass man da auch eine klare Linie fährt. Ja, das möchte ich dir wirklich nahelegen. Auch wenn du keine Intentionen hast, dann konzentriere dich erstmal auf ein Thema, das sehr konkret ist, innerhalb einer Serie. Weil dieses eine Thema kannst du dann geschlossen auch in so einer Örtlichkeit ausstellen. Das macht es natürlich deutlich attraktiver für diejenigen, die da reinkommen. Die werden halt viel einfacher verstehen, worum es geht. Und du hast auch nicht so diese Schwierigkeit, über deine Kunst zu reden. Was deine allgemeine Intention ist, naja, dazu kann man dann später mal kommen, wenn man dann wirklich öfter Kontakt hat mit potenziellen Kunden oder mit tatsächlichen Kunden oder mit tatsächlichen Sammlern, die immer wieder kaufen. Das ist auf jeden Fall ein sehr guter Hinweis dafür, dass man schon so genannten Proof of Concept hat. Ja, also das, was man da anbietet, auch aus dem Grund gekauft wird, deswegen man es anbietet. Aber ja, es ist wichtig, dass man diesen Blick dafür bekommt. Gehe ich in dieser Masse unter? Bestärkt mich dieses Umfeld in der Wirkung, die ich erzielen möchte? Kann ich auch wirklich die Menschen auf die Art und Weise erreichen, die ich erreichen möchte? Ich meine, auf irgendwelchen Bauzäunen in irgendeiner Gasse auszustellen, was ich auch schon mal mitgemacht habe, ist halt absolut nicht empfehlenswert, weil da irgendwelche Leute vorbeigehen, die Umgebung sehen und sich denken, okay, das kann ja nichts gescheit sein, wie man in Bayern sagt oder was Vernünftiges sein, wie man woanders sagt. Und deswegen, gib Acht auf die Umgebung. Es sollte eine hochwertige Umgebung sein, nicht irgendwie so eine verranzte Kneipe. Meinetwegen, wenn es zu deiner Kunst passt und du das Gefühl hast, da ist deine Kundschaft vertreten, dann gerne, aber in den meisten Fällen sollte man schon darauf achten, dass es eine gewisse hochwertige, ja, hochwertige Wirkung hat. Such dir lieber einen Ort, an dem deine Kunden nur dich als Künstler oder Künstlerin wahrnehmen und keine anderen Auswahlmöglichkeiten haben. Das hört sich natürlich ein bisschen böse an, aber ich meine, es ist ja deine Entscheidung, in welchem Umfeld du ausgestellt werden möchtest und in welchem nicht. Und dazu gehören natürlich auch die Künstler, die neben dir auch noch präsentiert werden. Worauf muss man dabei Acht geben? Ich möchte erst mal, also bevor ich dir hier so eine Liste mit Tipps gebe, möchte ich erst mal so mit einem kleinen Hinweis beginnen. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Das kommt noch dieses Jahr. Unser offizielles 30-Tage-Mindset-Bootcamp-Tape Online. Langer Text, langer Titel. Es ist eigentlich so ein 30-Tage-Audioprogramm, das du dir einfach aufs Handy laden kannst und dann kannst du dir morgens einfach gewisse Lektionen anhören. Das sind 30 Stück, also eins pro Tag und dann kannst du dir anhören, was ich zu sagen habe. Und da verarbeite ich gewisse Weisheiten, die ich halt sammeln konnte in der Arbeit mit Hunderten Künstlern, mit Künstlern, die es nicht geschafft haben und Künstlern oder noch nicht geschafft haben und Künstlern, die es bereits geschafft haben, was auch es auch immer sein sollte. Also zumindest regelmäßig verkaufen, vielleicht auch davon leben können. Es ist halt einfach wichtig, dass man vor Augen hat, wie denn so jemand denkt. Wie jemand denkt, der erfolgreich Kunst verkauft und auch langfristig davon leben kann. Und deswegen bestehen diese 30 Audiodateien aus den wichtigsten Aspekten einer erfolgreichen Künstlerpersönlichkeit oder Künstlerinnenpersönlichkeit, damit du auch auf weniger innere und äußere Widerstände stoßen musst und gleichzeitig auch so agieren kannst, damit du deinen Traum von der Kunst leben zu können auch näher kommst. Es geht einfach darum, gewisse grundlegende Prinzipien zu verinnerlichen, weil Mindset ist nicht gleich Mindset. Und ich mache gerade meinen NLP-Master, habe meinen NLP-Practitioner hinter mir und werde auch noch weiter in die Hypnose abtauchen als Hypno-Coach. Also viele Dinge, die ich auch fachlich mir angeeignet habe und weiterhin aneigne. Und ich kann dir sagen, es gibt viele Dinge, die wir gar nicht so im Blick haben und viele Dinge, die uns als offensichtlich präsentiert werden, aber nicht so wirklich der Realität entsprechen. Und ich habe für mich auch die Erfahrung gemacht, dass viele Ratschläge, die da draußen rumgeworfen werden, zum Beispiel dieses Hustle Hard und sowas. Na, du musst den Grind lieben und so. Vielleicht zu einem gewissen Zeitpunkt Sinn machen, aber langfristig überhaupt nicht sinnig sind und deswegen man da halt auch eine Alternative finden darf und soll. Dieses Programm wird es für eine begrenzte Anzahl von Hörern zu einem Preis von 24,95 Euro geben. Das ist echt sehr günstig. Hoffe ich, dass du das als günstig empfindest, statt 79,95 Euro, was dann der volle Preis sein wird. Also es ist für eine begrenzte Anzahl von Hörern für diesen Preis verfügbar. Es ist limitiert. Danach wird der Preis eben voll sein, also 79,95 Euro. Wenn du zu denjenigen gehören möchtest, die rechtzeitig davon erfahren, wenn eben das Ding online geht, dann würde ich dir empfehlen, dich für den Crashkurs anzumelden für die Ikonenschmiede. Nicht, weil du den Crashkurs machen sollst. Kannst du natürlich machen. Da sind auch viele nützliche Informationen drin. Aber dann kommst du in meinen E-Mail Newsletter rein und du erhältst dann auch rechtzeitig einen Hinweis per E-Mail, wann denn tatsächlich dieser Crashkurs, nicht dieser Crashkurs, dieser Audio-Kurs dann online geht und natürlich mit dem Rabattcode, der aber natürlich begrenzt ist. Ja, zu einer gewissen Anzahl. Wie viele Leute diesen Rabattcode dann auch nutzen können, aktiv. Das wirst du dann auch in der E-Mail erfahren, die ich dann rausschicken werde. Es wird wahrscheinlich im November stattfinden, spätestens Anfang Dezember, sodass du dann sauber in das neue Jahr starten kannst mit deinem neuen Mindset. Alle anderen werden das dann im Podcast erfahren. Dazu wird es dann auch noch eine offizielle Podcast-Episode geben, die dann auch nochmal in diese Themen eintaucht, damit du auch verstehst, worum es geht. Aber diese Podcast-Episode wird ein paar Tage nachdem das Tape online geht, dann erst veröffentlicht. Das heißt, es kann eben sein, dass bis dahin dieser Rabattcode erlischt, wenn zu viele schon genutzt haben oder eben die Anzahl, die ich eingetragen habe und du dann dieses Tape dann für den vollen Preis in Höhe von 79,95 dann erwerben darfst. Deswegen, wenn du mehr darüber erfahren möchtest, geh einfach auf ikonenschmiede.de, melde dich dort für den Crashkurs an, dann erhältst du alle weiteren Informationen, sobald es eben soweit ist. Und vielleicht möchtest du ja dann auch gleich mit dem richtigen, starken Mindset 2023 dann auch beginnen. Soweit möchte ich dir eben damit helfen. Das ist meine Intention, damit du auch wirklich vom Innen heraus eben genau diese Widerstände, diese ganzen Glaubenssätze, die wir halt mit uns rumtragen, die uns vielleicht auch Leute eingeredet haben, die unser Bestes im Sinn hatten, aber es eigentlich nicht besser wussten, dass man da einfach ein bisschen Reinigung betreibt und dann auch die Person wird, die man in allen Bereichen bewundern würde. Das ist auch die Philosophie der Ikonenschmiede. Deswegen, lasst uns einfach mal das jetzt abschließen, das Thema Tapes. Lass uns zurückkommen zum eigentlichen Thema. Bevor wir aber in diese konkreten Schritte eintauchen, möchte ich ein paar grundsätzliche Überlegungen und Glaubenssätze ansprechen, die viele Künstler und Künstlerinnen haben, wenn es genau um dieses Thema geht. Denn jeder glaubt, es braucht Ausstellungen in Galerien, um erfolgreich zu werden. Das kann ich aus Zusammenarbeit mit hunderten Künstlern eben nicht bestätigen. Die Wahrheit ist, dass Ausstellungen sich selten lohnen, vor allem in Galerien, weil 1000 Euro Ausstellungsgebühr, 50 Prozent von jedem verkauften Kunstwerk, dann Catering, Unterhaltung, Transport, Werbung. Dann wird natürlich auch das Geld der Verkäufe oft einbehalten, das ist auch vertraglich. Manchmal werden gar keine Verträge geschlossen. Viele Galeristen sträuben sich dagegen und deswegen muss man da natürlich schauen, begegnet man sich da auf Augenhöhe oder wird man da als Produzent genutzt? Nutze bewusst das Wort ausgenutzt, in dem Fall nicht. Wer sich da auf lange Sicht mit dieser Strategie irgendwie einspielen möchte, der muss damit rechnen, dass es mit viel Zeit und Kosten verbunden ist. Also wer sich das auf lange Sicht leisten kann, hat zwar ausgestellt, jedoch keine besondere Garantie auf Verkäufe und vor allem auch nicht besondere Erkenntnisse darüber, was wirklich die Traumkunden wollen oder nicht. Ja, weil die wenigsten Galerien sind aufgebaut, wie eben ein Künstler aufgebaut sein sollte und zwar themenbezogen, konzentriert, sondern da geht es dann einfach um das, was gerade sich gut verkauft. Ich hatte schon auch viele Künstler im Gespräch, die an vielen auch Ausstellungen auch teilgenommen haben, unter anderem auch einen Künstler, Akademie-Künstler, der auch akademische Bildung hinter sich hatte und an 70 Ausstellungen teilnahm. 70 Ausstellungen, wieder auch Solo-Ausstellungen und nebenbei in der Gastro arbeiten musste, weil die Vorleistung und die Provisionszahlungen jeglichen Spielraum für Wachstum wegnahmen. Das ist nicht so einfach, dann wirklich auch sich vielleicht mal einen Assistenten einzustellen. Wo es Sinn macht, ist bei Ausstellungen für Bestandskunden und plus Begleitung dann vielleicht dafür eine Ausstellung zu machen. Also meinetwegen, wenn du sagst, ich habe jetzt viele Kunden und ich weiß, dass die Freunde haben, die auch meine Kunst interessant finden, dann kann man für diese Bestandskunden eine besondere Erfahrung gestalten in Form einer Ausstellung. Ich würde aber das eher als Event, als Kunst-Event beschreiben, nicht als Ausstellung. Eine Ausstellung ist eigentlich eine Verkaufsveranstaltung, kein Kunst-Event, in dem man Kunst erfahren darf. Deswegen da vielleicht auch ein bisschen eine andere Perspektive liefern für die Leute, die du damit ansprechen möchtest. Und diese können natürlich dann eine Person mitnehmen. So hast du jede Menge laufende Reklametraffen für dich, da rumlaufen und die reden dann natürlich über die Kunst und man hört ja auch immer wieder, dass da über deine Kunst gesprochen wird. Und selbst wenn nichts verkauft werden sollte, hattest du alle Kunden auf einem Platz, konntest sie miteinander auch vertraut machen und neue Interessenten für deine Kunst begeistern. Der Kauf kommt in der Nachbereitung meistens, meistens nicht direkt bei der Veranstaltung. Klar gibt es so Impulskäufe, das ist schon mal ganz gut, aber verlass dich da nicht drauf. Vergiss bitte deshalb nicht, die Besucher auch an den Tagen nach der Ausstellung zu erreichen, sich bei ihnen zu bedanken, ihnen vielleicht ein Präsent zu schicken, vielleicht eine Sammlung an Postkarten, aber dazu kommen wir noch. Auch Gruppenausstellungen können funktionieren, wenn gewisse Eckpunkte stimmen. Ich werde darauf aber heute nicht eingehen, weil das eher Inhalt ist für eine ganz andere Podcast-Episode, weil das wirklich sehr umfangreich ist. Umfangreich, genau so heißt es. Jetzt natürlich die Frage, was soll man tun? Okay, versetz dich mal in die Schuhe deines Kunden, der gar keine Ahnung vom Kunstmarkt hat. Und das sind die meisten Kunden. Die wenigsten Menschen haben Ahnung vom Kunstmarkt, noch weniger über Kunst. Das haben im Übrigen, wie gesagt, die wenigsten, auch Kunsthändler, Vermögensberater, die arbeiten meistens mit Valuationstabellen, in denen der Marktwert auch eines Künstlers festgelegt ist. Also als kleiner Tipp an Rande, was mir auch schon mal jemand geraten hat, der es am, in Anführungsstrichen, Kunstmarkt geschafft hat. Das ist eine schöne Guerilla-Taktik. Und zwar, wenn du da auftauchen willst in diesen Valuationstabellen, dann such nach einem Galeristen, der deine Kunst eben bei einer Auktion quasi einreicht und diese dann zur Auktion freigegeben wird. Weil wenn dort jemand deine Kunst dann kaufen sollte, ist der Verkaufspreis dokumentiert und du tauchst dann auch in so einer Tabelle auf. Ja, Spoiler-Alarm an der Stelle. Das wird die Blockchain übernehmen. Also Auktionshäuser, mal schauen, ob es sie dann noch physisch in der Art und Weise gibt. Denn in der Blockchain, da kann man jeden Verkauf und jede Auktion für immer speichern. Also keine Gatekeeper wie Auktionatoren, Auktionshäuser, Galeristen, was auch immer. Sondern der Künstler hat freie Wahl. Er kann ganz genau für sich selber entscheiden, wen möchte ich erreichen mit meiner Kunst. Und dann wird einfach festgehalten, wie hoch der Preis war, zu dem das Kunstwerk verkauft wurde. Und damit kann sich dann natürlich auch der Kunde eine gewisse Sicherheit auch schaffen. Weil er sieht, okay, den Preis, den er da veranschlagt, der ist jetzt nicht super astronomisch, sondern realistisch. Und wenn ich dieses Kunstwerk später weiterverkaufen sollte, dann kann ich das mit diesem Preis dann auch rechtfertigen. Das ist eigentlich eine ganz schöne Sache. Der Kunde, der richtige Kunde, der der Kunst wegen kauft, hat auf solche Tabellen eben keinen Zugriff. Das muss man halt auch einfach wissen. Ein normaler Kunde, der zu dir kommt, der sich wirklich für die Kunst interessiert, der hat gar keinen Zugriff auf diese Tabellen. Das ist ihm auch völlig egal. Worauf er aber Zugriff hat, ist das Internet. Das Internet. Das ist ja vielleicht ein Begriff. Also er beginnt erstmal mit der Recherche. Was sagen andere über dich? Vor allem diejenigen, denen er vertraut. Wenn du jetzt themenbezogen arbeitest und auch die ein oder andere Botschaft vermitteln willst, ist es halt auch deine Aufgabe, dich mit denjenigen zu vernetzen, die bereits sein Vertrauen auch genießen. Es können Influencer sein, ich will aber nicht so weit gehen. Es können auch einfach Leute sein, die genau die Werte leben, die er so interessant findet. Es können auch Läden sein, in denen er gerne essen geht. Zum Thema Online-PR habe ich ja bereits auch mal das ein oder andere angesprochen, in der einen oder anderen Podcast-Episode. Das machen wir hier auch an der Stelle nicht, weil das auch den Rahmen sprengen würde. Aber du kannst natürlich dir auch überlegen, vielleicht gibt es online irgendwelche Blogs, irgendwelche Seiten, irgendwelche Leute, die Content produzieren, denen du eben auch Content liefern könntest in Form von Video, in Form von Text, um dort eben deine Kunst vielleicht als unterstützendes Medium für deine Botschaft zu nutzen. Also da geht es dann nicht unbedingt darum, über dich als Künstler zu reden, sondern dass du über das Thema sprichst und inwieweit das für dich wichtig ist und wie deine Kunst den Menschen dabei hilft, gewisse Perspektiven zu finden und eine Botschaft in ihrem eigenen Leben zu realisieren. Worauf ich aber hinaus wollte, ist, dass eben genau die Wahrnehmung der Kunden entscheidend ist. Also wenn er aufgrund dieser Informationen, die er erhält, versteht, dass du erstens Kunst für Menschen mit seinen Werten machst, zweitens du auch selbst diese Werte lebst und drittens auch noch kompetent bist in dem, was du schreibst und das schaffst, dann kommt der vierte und entscheidende Faktor, den die meisten Künstler nicht verstehen, von ganz alleine. Das ist genau der Punkt, der auch wirklich dann nur noch Frequenz braucht. Und ich möchte dich jetzt vielleicht auch mal fragen, vielleicht weißt du ja, was dieser vierte Punkt ist. Denk mal ein bisschen nach, wenn ich weiterrede. Wir kommen dann schon noch dazu. Also der vierte Faktor. Okay, lass mich weiterreden. Der Kunde sieht nämlich, dass du Kunst für Menschen wie ihn machst, du auch seine Werte lebst und auch kompetent bist, denn er will ja sicherlich etwas mehr, dann will er ja auch was über dich erfahren. Also wenn er sieht, du machst es für ihn, es ist für ihn interessant, das sind genau die Werte, die er erlebt, die du auch lebst, du bist kompetent in dem, was du tust und dem, was du auch künstlerisch erschaffst, ja, dann will er mehr über dich erfahren. Er geht auf deinen Blog, findet meinetwegen keinen einzigen Beitrag, er schaut in deine Vita und du machst nur noch einmal im Jahr eine Ausstellung. Er schaut sich deine Ausstellungen an und sieht die Sparkasse, ein Einkaufszentrum und hier und da eine kleine Ausstellung in der Galerie, die er aber eh nicht kennt. Und der Kunstinteressent, der eben Geld besitzt und vielleicht sogar Unternehmer ist, der denkt sich dann in dem Moment, naja, der scheint ja ziemlich faul zu sein, ne? Ja, nur eine Ausstellung pro Jahr, ah, das ist so ein Hobbykünstler. Was ist der vierte Faktor? Der vierte Faktor, wenn Kunst für die Menschen gemacht wird, mit seinen Werten, wenn es kommuniziert wird, du auch immer wieder dieselben Werte lebst, die er auch lebt und du auch noch kompetent bist in dem, was du schreibst und dem, was du künstlerisch machst. Wenn du es immer wieder kommunizierst, mit einer gewissen Entschlossenheit, das dann auch beweist und zeigst, dass du wirklich das tust und auch wirklich integer bist, das tust, was du sagst, dann kommt der vierte Faktor ins Spiel und zwar die Glaubwürdigkeit, ja? Man kann vieles sagen, man kann vieles tun, wenn man nicht glaubwürdig ist, funktioniert nicht. Glaubwürdigkeit bedeutet, dass jeder sofort versteht, dass du es ernst meinst, ja? Wenn du ein ganz einfaches Beispiel dir mal anschaust, wenn ich dir sage, ich habe einen Kunstpodcast, naja, das ist erstmal ein Nichtsagen. Das hört sich aber auch anders an, als wenn ich dir sagen würde, ich habe einen Kunstpodcast mit über 270 Episoden und zehntausenden Downloads pro Monat. Social Proof, ja? Wir brauchen Social Proof, wir brauchen den Beweis dafür, dass du entschlossen bist, gezielt auch auf etwas hinarbeitest, eine gewisse Reichweite auch erarbeiten möchtest, dich weiterentwickeln willst und das immer und immer wieder entschlossen nach vorne gehst. Social Proof ist dann gut, wenn sie von Menschen auch kommt, zu denen wir aufsehen, denen wir hohe Kompetenz zuschreiben und oder mit denen wir uns auch identifizieren. Das sind so die drei Faktoren. Ausstellungen in der Sparkasse, ja, das ist halt langweilig. Damit kann sich niemand identifizieren. Das ist irgendwie so ein Branding, so eine Branding-Taktik von der Sparkasse. Ja, wir sind so jugendlich, also nichts gegen die Sparkasse. Ich bin nicht bei der Sparkasse, mir ist die Sparkasse völlig egal. Also Sparkasse melde dich nicht bei mir, mir ist das wurscht. Ausstellungen in der Galerie, genau dasselbe. Die meisten Galerien werden eh von reichen Muttis geführt, die gern Prosecco zum Frühstück schlürfen. Diesen Satz habe ich so oder so ähnlich schon öfter von Unternehmern gehört, die halt auch andere Unternehmer kennen, die irgendwelche, ja, Ehefrauen haben, die sich einbilden, jetzt eine Galerie zu führen und dann halt morgens schon mit dem Prosecco in der Hand vor den Kunstwerken stehen und fachsimpeln. Das ist halt öfter der Fall, als man tatsächlich glaubt und viele Unternehmer denken halt so, ja, ja, und so eine Galerie, und so eine kleine Galerie. Social Proof, also wofür braucht man eigentlich Social Proof? Als Social Proof bezeichnet man eben diese soziale Bewährtheit. Es hat sich bewährt, ja, also in einem menschlichen Kontext mit mehreren Teilnehmern, die man, denen man auch Respekt zollt, denen man auch glaubt, ja, die auch glaubwürdig sind, entstand eine Übereinkunft darüber, welchen Wert eine Sache hat. Auf Deutsch, andere Leute, zu denen ich aufsehe oder die kompetent sind und oder ich mich mit ihnen identifiziere, haben gesagt, dass deine Kunst der Shit ist, also richtig geil ist, ja. Wenn das andere Leute sagen, dann werde ich mir das anschauen, ja. Und wenn ich dir 40 Leute zeige, die dir sagen, dass diese eine Schokoriegel der beste Schokoriegel aller Zeiten ist und das auch noch mit tollen Geschichten und Beschreibungen bestücke Fotos vom Entstehungsprozess mit den ganzen feinen Details, die diesen Schokoriegel so genial, delikat machen, naja, dann wirst du es zumindest mal ausprobieren, wenn sich die Personen für Social Proof, die ich da angehäuft habe, dann auch genau dafür eignen. Ähnlich ist es genauso mit der Kunst. Wenn wir mit etwas beginnen, dann ist es immer zunächst chaotisch, ja, indem wir eine Richtung dann einhalten und uns bemühen, einem Ziel zu folgen, wird aus dem anfänglichen Chaos immer mehr ein harmonisches Muster. Und genau darum geht es, ein Muster zu finden und zu schaffen, was dann auch ein Momentum überhaupt erst möglich macht. Wir wollen sofort in Level 100 ankommen. Dabei haben wir Level 1, 2 und 3 noch nicht mal hinter uns. Ja, es sind genau die Leute, die irgendwie beim Sport dann irgendwie Kniebeugen machen mit 100 Kilo auf dem Rücken und 2 Zentimeter runter gehen. Ja, das ist totaler Schwachsinn. Und genauso ist es eben auch in der Kunst. Da sind dann lauter Künstler, die einen kunstakademischen Abschluss haben und dann denken, ja, jetzt muss mir alles in den Schoß fallen. Nee, ich muss erst mal verstehen, für wen ich diese Kunst mache. Du hast gelernt, wie man Kunst macht. Du hast gelernt, wie man kreativ ist. Du hast gelernt, was dahinter steckt. Schön und gut, aber du hast nicht gelernt, wie man Kunst verkauft. Deswegen ist es wichtig, da einfach mal Schritt für Schritt sich daran zu trauen. Was will ich überhaupt machen? Für wen will ich das machen? Warum sollte sich überhaupt irgendjemand dafür interessieren? Weil ich sagte eins, die meisten Menschen interessieren sich nur für sich selbst. Interessanter Punkt. Ich finde heraus, wofür sie sich interessieren. Was sie ausmacht. Welche Werte, Überzeugungen und, ja, Glaubenssätze sie eben haben. Wie sie sich als Identität wahrnehmen. Zu was sie sich zugehörig fühlen. Welche Symbole sie in ihrem Leben haben und wofür diese Symbole stehen. Im Übrigen ist alles, was wir kaufen, ein Symbol für etwas. Das musste ich auch erst verstehen. Vielleicht verstehst du es schneller als ich. Und dann, wenn wir eben dieses Momentum haben, wenn wir ein Muster, ein harmonisches Muster in diesem anfänglichen Chaos etablieren, eine Ordnung reinschaffen, durch Strategien oder meinetwegen einer gewissen Herangehensweise einer wohlwollenden Philosophie, die halt auch auf langfristiges Marketing, langfristigen Verkauf aufgebaut ist und auch darauf ausgelegt ist, dann haben wir ein Momentum, das wie ein Schneeball, der einen Berg hinabreut und irgendwann zu einer mächtigen Lawine wird, dann genau das erreicht, was du auch erreichen möchtest. Und zwar, Menschen mit deiner Kunst eine große Freude zu bereiten. Und dann natürlich auch diese Menschen so weit zu erfreuen mit der Kunst, dass sie halt auch für sich selbst den Antrieb verspüren, ja, das will ich haben. Genau diese Kunst ist wie für mich gemacht. Die magischen fünf Worte. Das ist wie für mich gemacht. Diese Reaktion brauchst du. Eine Ausstellung ist noch keine Lawine. Eine Person ist noch keine Demo. Ein Künstler ist noch keine Bewegung. Ja, es braucht mehrere Impulse, die regelmäßig in eine Richtung zeigen und zusammen ein Momentum schaffen, das ganz von alleine Ergebnisse bringt. Und genau diese Basis für dieses Momentum ist entscheidend. Deswegen auch ein Tipp an dich, wenn du wirklich Künstler um dich herum hast, die so denken wie du, die auch raus wollen, die dieselbe Überzeugung haben und wirklich auch Kunst für Menschen machen wollen, dann geht zusammen zu einem Kollektiv, organisiert euch in Kollektiven. Es ist so wichtig, dass man nicht alleine diesen Weg geht. Ihr braucht Leute um euch herum, die euch einfach mal auf dem richtigen Weg begleiten, der für euch eben richtig ist oder der für dich richtig ist und dass man gesammelt nach vorne geht und nicht als einzelne einsamer Wolf. Das ist auch so eine komische Überlegung, der einsame Wolf, der alleine hinter Moulin Rouge irgendwelche Bilder malt in der Nacht und dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, so dieses romantisierte, hungernde Künstler-Dasein. Das ist überhaupt nicht sinnvoll und ganz ehrlich, damit machst du niemanden, du hast du niemandem gefallen. Ganz im Gegenteil. Deswegen, es braucht ein Momentum und das geht durch mehrere Impulse, die in eine gewisse Richtung gehen und da ist eine gewisse Entschlossenheit wichtig. Also, lass uns in der nächsten Episode die konkreten Schritte ansehen, damit du mit relevanten, kleinen Mini-Ausstellungen auch dein Social Proof authentisch aufbaust und dann auch in Kontakt trittst mit deinen Traumkunden und im besten Fall dann auch schon diese Interessenten zu Kunden machst. Das war eine etwas längere Episode heute. Ich hoffe, das war trotzdem hilfreich für dich. Falls ja, dann schreib mir einfach mal unter etikonschmede auf Instagram. Ich würde mich freuen und melde dich auf jeden Fall für den Crashkurs auf etikonschmede.de an, damit du auch nicht verpasst, wenn dann dieses Mindset-Bootcamp 30 Tage Tape online geht, dann kriegst du es deutlich günstiger als der Rest. In dem Sinne, ich wünsche dir den Erfolg, den du dir wünschst und wir hören uns nächste Woche in der nächsten Episode. Bis dann.